Das war doch nicht so schwer. Na ja. Das war doch nicht so schwer, ja. Das war doch ganz logisch zu sehen. Ja, ja, klar. Ich stehe bei sich. Ich verstehe bei solchen Sätzen irgendwie immer deine Sicht nicht. Hm. Warum sieht man das nicht? Das ist aber ein netter Meteor. Das ist ja etwas wie unser Kackklumpen, den so ein Mistkäfer gerollt hätte. Aha, ich muss einen Pfad erstellen. Hm. Hm. Huf mal das Tiefbauamt dann so eine Straße bauen. Hm. 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 Was liegt denn da unten in der Mitte? Jetzt ist es weg. Noch ein bisschen nach rechts. Stopp. Stopp. Runter. Stopp. Ah. Okay. Okay, aber irgendwie, ich kann mal nichts mehr machen. Irgendwie. Ich dachte, hier fehlt jetzt was. Aber irgendwie nicht. Nicht. Ah, warte mal. Ich habe ja einen Knochen. Dann kann ich die da ablenken. Wo waren die jetzt da? Den kleinen Fratz hier. Was auch immer das sein soll. Bitte schön. Halt sie Leute. Mhm. Süß. Was denn nicht alles in seinem Käfig hat? Ventilgrüß. Ah, das brauchen wir eins, das war da vorne. Da an dem Rohr. Hier? Ne. Ne, da kannst du die Pfeile nehmen. Ah, Werkzeug. Zweckentfremdung. Ich hätte hier rechts jetzt gedacht, bei dem Rohr. Ah, da. Ja. Ah. Ja. Mischen von links. Mhm. Mhm. Ich habe aber noch nichts zu mischen. So. Wo brauchen wir denn mal einen schweren Stein? Ah, vielleicht hier? Jetzt hast du was zu mischen. Bisschen Gift. Bisschen Zucker. Ja. Kennt man ja. Und jetzt guckst du erstmal lieber drinnen. Säure und Gipspulver. Okay. Gips können wir vielleicht hier mischen. Mit Wasser. Schnell abbindender Putz. Aha. Ja. Ja. Was man halt so hat, ne. So. Da können wir die Säure dann drauf schmieren. Sesam öffne dich. Und wir haben ein Horn. Kampfhorn. Puste mal rein. Kann ich nicht. So. Da brauchen wir ein Werkzeug noch. Wo brauchen wir denn mal Gips? Hm. Hm. Gute Frage. Gips. In der Form müssen wir schon mal was gießen, ne? Hab's irgendwo eine Gießform? Weiß nicht, was man nicht dachte. Man kann dem irgendwas in der Fresse stopfen, aber offensichtlich nicht. Nicht. Würdest du da rauslaufen. So. Eine Form. Eine Form. Ach hier bei dem Stein vielleicht. Naja. Wird ja gar nichts bringen, wenn wir da reingießen. Ja. Hier meinst du? Ja. Hm. Wir können hier den Gipspot einfach auf den Kopf kloppen. Ja. Dann ist er weg. Ja. So. Hier draußen war ja nichts mehr, ne. Hier brauchen wir noch was. Sonst hätte ich schneiden. Ja. Aber wo brauchen wir denn mit? Nein. Gips. Der ist nur noch da Sonst haben wir alles Hier haben wir nur noch diesen Stein So, da haben wir die Laserpistole Hm Hm Ist man bei der Treppe irgendwo? Können wir da runter? Na guck mal Natürlich Da ist doch dein Foto Deshalb, aha, aha Ach Ach ja, gibt's bestimmt So, den können wir bestimmt mit Gips kleben Na, ein bisschen dran schütten Dann geht das alles wieder Oh Wo? Wo? Den kann ich noch nicht da dran quatschen Nee, du musst das hier links Den Das Zwischenteil ran machen So 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 Fertig Und der braucht Augen Da brauchen wir aber erst noch einen zweiten Dingskirchen Ach, der hier liegt Gut Hab nix gesagt Der liegt doch schon bereit Ja, ja Kann man ja bei dem Spiel nicht wissen So, jetzt hat der Funkeleuglein Jetzt können wir den bestimmt hier reinstellen So Mhm Aha Toll Aha Toll Und immer den Kopf Ja, gut Ähm Schädel mit Ah, mit scharfen Zähnen Ach ne, da wollte ich gar nicht gehen Jetzt kannst du die Truhe aufschneiden Die Truhe aufschneiden, ja Aha So Laserpistole Lauf haben wir doch Oh Jetzt meint die Ich meinte die Person laden Ja, das können wir ja draußen am Stein machen, ne Aber jetzt hat die Truhe sich umgedreht Um den Angriff von Auf dem wir jetzt zwei Stunden und Tag laufen sind Ja Wähle die Fragmente aus, die sich äh in das von ihr erstellte Symbol einführen Ähm Ähm Mhm Ja Dann haben wir einmal das hier Dann haben wir Das hier Ähm Ja Und dann haben wir das hier mit dem Kreis Ne, das ist ein anderes Das ist oben in der Mitte Das ist oben in der Mitte Oben in der Mitte Oben in der Mitte Oben in der Mitte Das ist Achso Mhm 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 Dann haben wir da die Spitze Das ist oben in der Mitte Ja Ja Hier das Und das war Mhm Schöne, wir sind mal verletzt worden. Mach weiter. Hallo? Tja, wer drauf steht. So das und das hier. Boah, wie viel denn noch, Truller? Ähm, das hier. Das Wölkchen da. Tja, jetzt haben wir sie erstmal gefesselt. Ach, ich muss noch was anderes machen. Ja, ich wollte die Pistole hier aufladen. Nicht? Ja. Ist doch fertig. Oh ne, hier. So, ich muss sie separat rausnehmen und dann hier erst aufladen. Ja. An der Tankstelle. Da fließt dann das da rein. Ich hab gedacht, du kannst die Knarre einfach da anklatschen und schnell das. Ja. Naja. Ne, ist so weit. Muss erst Energie reinfließen. Was muss ich denn noch machen? Ich dachte, ich schieß die jetzt ab und dann ist gut. Oh. Oh. Warum stimmt auf den Kopf schießen? Ja, auf den Schädel da hinten. Oder hab ich noch irgendwas? Hier. Ist doch fertig. Ich hab den Schädel, genau. Na schieß mal auf den Schädel hinten. Oh, warte. Da? Achso, auf den. Ja, da drinnen. Ja, da drinnen. Ja, da drinnen. Und jetzt mache ich nur einmal durch jeden Slot. Da bla bla. So ein Quatsch wieder. Mhm. Geht doch. Bim, 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 Champion der Ausdauer. Und Befreiheit. Doch. Gern geschehen. Wir kriegen wir nix dafür. Hm, geil. Nicht für n' Arsch. Hm, die hättet ja wenigstens mal was rüberreichen können, dafür, dass wir die schon befreit haben. Ja. Das find ich jetzt aber unfair. PS Geschenkkort. Sie haben uns befreit. PS sind ein Guthabencode. Die jetzt einlösen. Danke. Das ist ja mal ne Köln-Aktion. Ja, wenigstens so 5 Euro oder so mal, ne? Aber wie wir schon befürchtet haben, fehlen uns ziemlich viele Artefakte und Schriftrollen. Die fand ich diesmal aber auch, die fand ich sehr schwierig, muss ich sagen. Nur 4, 5 Stück auf jeden Fall. Und wir haben natürlich das Bonus-Kapitel. Wie darf ich jetzt gar nicht mehr das andere Spiel, muss ich das Bonus-Kapitel machen? Kannst du auch abbrechen drücken? Ach so. Ja, wir können's ja eben schnell. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Können wir das Bonus-Kapitel noch machen? Okay. Das ist schnell. Oh, gucken. Ja, weiß ich nicht. Schnell, wie es geht. Schwierig. Natürlich immer schwierig. Oh. Jetzt drückst du drei Tassen. Nein, nicht. Gib die Reliquien zurück. Äh. Der hat das Tuch? Nein. Der hat das Tuch. Der hat das Tuch. Hat er aber nicht. Nein, der will's aber nicht. Hat der da Schwert? Auch nicht. Nein, da mit dem Schild würdest du sagen, oder? Wer hat das Schild? Ah ja, gut. Nein. Und da mit dem Schwert, das wird da, dass er mit in die Kopf einhalten hat, oder? Ach. Äh. Oh. Hier den Ring, der ist auf jeden Fall hier. Ah, der Schwer hat vorne rechts in der Scheide rein Ah ja, genau Okay, ist doch keine Scheide Die Kette, muss ich sagen, bei den Kopftypen Ah ne, vielleicht hier als Emblem vorne drauf Ah, da kann ich einen Umhang haben, der Kopftyp in der Kronen Was für ein Flacke ist das denn? Auch nicht Hä? Da liegt noch was, hinten, hinten links Ja, da Das hier? Oh, das habe ich schon versucht So Was kommt denn da denn? Äh, hier sind doch nur die zwei noch Soll ich da vielleicht noch eine Kronen auf? Oder musst du auf den Kopf gehen, auf den kleinen Kopf, nicht auf den großen Ja, ich kann ja nur da, wo benutzen Oh Oh, und da kriegt das Ding Okay Hallo Achso Ja, klar Ich hoffe gerade nichts besseres zu tun Doch, doch, doch Danke Ich kriege sogar was ins Mentor mit zum Reisen Mensch, ist ganz nice Was wir wieder wegschmeißen können Reise Ach du Scheiße Guck mal da Okay Hallo Abknipsen Erstmal abschneiden Hälfte der Pflanze zu wachsen Abschneiden So Ah, die müssen wir mal wachsen lassen, damit wir da hochkommen Holzgriff Okay Was haben wir hier noch? Wieso kann die das nicht mit bloßen Händen wegmachen? Weil die ist faul Doof ist Ja Ist aber nur doof So, da fehlt was drin, alles klar Ja Jo, dann Würde ich sagen, gehen wir erst mal hier rein Plop Das ist nur zum, zum, wie ist das ja, Kräuter, Nose und Nosen Hier, den muss ich nass machen Kann ich drauf pinkeln Ist ja auch los Da ist ne Rolle Da ist ne Rolle Da ist die Rolle Tatsächlich zählen die mit Hm Oh ja Komm, noch ein Steinchen Ich muss es rausholen Ja, dann hol's doch raus War kaputt Achso, ich brauch ne neue Linse Verstehe Das haben wir hier auch so Das war das Das war das auch Alles das gleiche hier Das runde Ding, kannst du es in der Mitte einfügen? Äh Nee Ich brauch zwei Stücke Ich bin da in der Tür Wo bin ich? Wo hier? Nee Da komm ich ja nicht lang So und hier muss ich was einpflanzen Habe ich aber nix So, der ist kaputt Stopp Ja Gut, links neben der Feuerstelle Links neben der Feuerstelle Und gleich war er links da Ja Schön Das ist aber gemein, dass das da auch noch zum Zählt Ja So, aber da brauchen wir immer noch Wasser Ähm Da brauchen wir wahrscheinlich auch Wasser Und hier müssen wir Ich hätte eine Anleitung Aha Da ist ein Zwebel Da fehlt Was kann man da drauf stellen? Hm Holzgriff Ein Griff ist ein Plus Ja, aber da kann ich irgendwas integrieren Nur was Hammer drauf Pinsel einbinden Kann gar nix anbinden Pinsel einbinden Einen Stiel Du hast den langen Pinsel Toll Super Wo oben das Fenster kommt sie nicht Nee, da muss ich auch unten erst gießen Und hier fehlt irgendwas Hier das runde Ding Hier das runde Ding Oder die zwei Kristalle Oder die zwei Kristalle Hm Die Kristalle auf die Dings draufstellen Hier draufstellen Geht das? Wo? Nee, da wo das Flammending ist ja da Ne Da fehlt ja was Rundes Aber Kann ich Genau, den Kristall rund Hier den Kristall zu legen Geh noch mal unten auf die Schalen Nee, geh noch mal drauf Hier integrieren wir mit dem Diamant Ah, hier könnte ich was schleifen Was könnte man mit der Zange machen? Vielleicht hier die beiden Legungen? Was könnte man mit der Zange machen? Was könnte man mit der Zange rausholen? Mit der Zange Mit dem Hammer Mit dem Pinsel Okay, das war's nicht Nö Da musst du was einpflanzen Wie weit wächst denn der Diamant Wenn man den einpflanzt Oder der Kristall Bei Superman hat's ja geklappt Wo er den ins Wasser gehauen hat Und kam er dann Nö Burg der Einsamkeit, oder? Gut nicht, okay Zwei Samen brauchen wir Zwei Samen Zwei Samen Zwei Samen Zwei Samen Zwei Samen Zwei Samen Kommen wir denn Stier Jetzt können wir denn Nice Stier machen Zwei Samen Zwei Samen Zwei Samen Wir gehen oben auf die Leere in der Kugel. Was? Da ist nix. Was ist denn da? Da ist nix. Das Böse ist wirklich in die Ruhm bildet eigentlich. Wunderschleife, ein Zeil. Was kann man da rum? Ne geht johne nicht. Du kannst nicht die Linse irgendwo hinlegen und dann mit einem Hammer draufhauen, dass sie ganz kaputt geht und dann ein Stück von der Linse mit dem Seil an den Stiefen? dachte ich auch aber ich kriege ja die linse nicht kaputt ich kann die ja nirgendwo da bräuchte ich irgendeinen platz ich dachte ja bei dem mörser hier aber da geht es ja auch nicht nur obendrauf es ist auch mit stein weg kriegen selber seite schieben da brauchst du auch was machst du tun das ist was zum aufschrauben was kann man denn sein das ist auch nicht Untertitelung des ZDF, 2020